Auch bei Kielbüchse, 24.10.2021 Ausser das Niederickenbach und das Buchse sind alle auch bei Kielbüchse abgesagt worden wegen Corona. Kielbüchse 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 Guten Morgen miteinander. Kielbüchse Kielbüchse Es ist ein ganz besonderer Anblick, der sich mir bietet, wenn ich von vorne ins Kielbüchse hinterher schaue. Es ist schon sehr lange her, dass diese Pfarrkiel so voll besetzt ist. Oder anders gesagt, es sind viele Monate vergangen, seitdem wir das letzte Mal Kielbüchse so fällen durften, wie sie jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kielbüchse 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 Kotlerinnen, K showcerer, liebe Festgemeinde, dankbar sehen. Kielbücher Kielbüchse Zum Abschluss der Religionsstunde hat der Pfarrer Hansli gefragt, Du Hansli, wie ist das eigentlich bei euch? Tint ihr zu Hause vor dem Essen Ei beten und Gott danken, wer das auf den Tisch kommt? Nein, sagt der Hansli, mein Mami kocht gut. Ich denke auch denen, die meinen, sie kennen sich alles im Leben selber erwirtschaften, den Durchblick, dass sie merken, wie viele sie jeden Tag von dir geschenkt haben. Wir bitten dich, Herr Göhle. Zum Abschluss der Religionsstunde hat der Pfarrer Hansli. Zum Abschluss der Pfarrer Hansli. Gott sei Dank. Drei Wörter, schnell gesagt, und kaum einer, der sie ausspricht, denkt dabei an den, dessen Namen er nennt, Gott. Gott sei Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das hätte ja am Nachmittag auch so viel Leid gehabt. Und ich habe schon ewig lang nicht mehr so viele leichtende, zufriedene und freerliche Gesichter gesehen. Es ist auch gar keine Freude. Ja, es ist nicht zum Gleiben. Und lasst uns alle Fässle, sogar noch die Alper Silbe reiben. Ja, so haben wir euch letztes Jahr digital begrüsst. Und sie schimmen nur so. Aber hier sind wir wieder live da. Nicht mehr fair nur auf dem Video. Wir Böcher sind auch gesund und das ganze Dorf tut zägen hau. Aaaaaah! Aaaaaah! Ich bin Schabby, pero ich bin Schabby. Ich bin Schabby. Ich kann euch nicht mehr beklassen und den ordentlichen Film. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Ich habe es beim Umsiedeln vergessen. Laut dem Tierschutz hat sich die Elfstadt schon an Weihnachten zu essen. Ihr Schildkrottensuppe. Man kann euch frieren, herzlich willkommen. Es gibt viele Termine und selten keine Zeit zur Ruhe. Darum gehen meistens die 70er am Dienstag statt am Freitag zu sein. Können noch nicht einmal mehr eins trinken? Sie haben sich noch den Gegner und den Roman Ehren. Der sagt, bis er in der Rede sagt, ich habe in dieser Zeit... Uns Fliegli haben die Brüche verscheichen wegen der Nacht der Vatnacht, nach der Vatnachtsmacht. Eine kleine Studentin in der Stadt Freiburg und Gschire haben sie sich gedacht. Doch plötzlich wird ihre Kühe der Brutal unterbrocken. Die Nacht und Nacht und den Kreuzkreuzkreuzkreuz umstellen. Was für eine grandiose Idee! Informiert. Anleiten können ihr mit. Zurückschreiben an euch kennen. Das Telefon leidet in der Sprecherhütte irgendwo im Geheimen. Ich wünsche euch allen noch recht viel vergnügen. An der Brüche sehr öblich viel bei 2021. Auf Wiedersehen! 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 Vielen Dank.